Heute verlassen wir mal das reguläre Magic-Universum. Leute, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin wirklich gespannt, wer heute hier bei diesem Video am Start sein wird. Wir schauen uns die Collector-Booster Universes Beyond Fallout an. Als ich mit Magic angefangen habe, hätte ich mir das hier wirklich nie vorstellen können. Ich muss wirklich sagen, ich habe zumindest zwei der Fallout-Spiele gespielt. Fallout 3 am meisten, das habe ich direkt drei oder viermal bestimmt durchgespielt. Ich habe vorher noch mal so ein bisschen geschaut, wie sah das so damals bei mir aus. Ist halt auch schon ein paar Jährchen her. Aber Fallout hat mir mal sehr gut gefallen, so dystopische Universen gefallen mir persönlich einfach sehr gut. Egal, ob es jetzt ein Spiel oder zum Beispiel ein Film ist, sage ich jetzt mal. Aber Universes Beyond zu Filmen rein, wobei doch, haben wir quasi ja schon. Ich meine, Herr der Ringe, ich meine gut, das war mal ein Buch im Ursprung. Aber Leute, ich schweife ab. Auf jeden Fall super wild. Ich freue mich aber auch wirklich hier mal in die Fallout-Edition reinzuschauen. Denn wir haben natürlich noch eine Commander-Runde geplant. Und ich will einfach so ein bisschen jetzt hier in die Welt von Fallout mit euch eintauchen. Vielleicht finden wir ein paar schöne alternative Artworks. Da sind halt wirklich ein paar coole Sachen dabei. Ich muss sagen, so ein Bobblehead, am besten mit Seriennummer, hatten wir ja jetzt schon einmal im letzten Unboxing. Eine Karte mit Seriennummer, die sind natürlich super, super selten. Aber so der Glücks, der Luck-Bobblehead, so passend on Flavor zu Fallout mit einer Seriennummer. Das wäre so meine absolute Wunschkarte. Das gefällt mir einfach richtig, richtig gut. Und ja, wie gesagt, Vorbereitung hier auf die Commander-Runde. Ich werde jetzt hier noch demnächst eine kleine Commander-Runde aufnehmen, falls ihr die Decks wirklich mal in Aktion sehen möchtet. Kommt auch hier auf dem Kanal. Ich werde hier mit Cäsar antreten. Das wird bestimmt auch eine wilde Geschichte. Natürlich hier, ihr habt es ja eben auch schon wahrscheinlich in den Einblendungen gesehen. Noch ein ganz kurzes, aber großes Dankeschön an unseren heutigen Sponsor Games Island. Mir wurden natürlich nicht nur wieder die Produkte zur Verfügung gestellt hier für die Videoreihe, sondern auch ein komplettes Set von den eben erwähnten Commander-Decks. Die gibt es hier im Giveaway. Könnt ihr gerne mal in die Videobeschreibung schauen. Euch vielleicht den Shop anschauen. Oder wie gesagt, eben am Giveaway teilnehmen. Ein komplettes Set. Alle vier Fallout-Commander-Decks. Ich glaube, da sind wirklich ein paar sehr coole Sachen mit dabei. Und wenn man eben alle Decks gegeneinander antreten lässt, hat man da einen sehr schönen Flavor. Kann schön in das Fallout-Universum eintauchen. Und ich würde sagen, genau das ist jetzt der Plan. Ein bisschen in das Fallout-Universum eintauchen. Und wir machen zusammen einfach mal ein paar Sammler-Booster auf. Leute. Ja, wirklich so ein ganz kleiner Ausflug. Ich bin wirklich gespannt. Wer ist hier am Start? Besonders aus der Magic-Bubble. Leute. Was sagt er zu Fallout? Also ich muss wirklich sagen, ich habe das immer sehr gerne gespielt. Hatte ein paar sehr coole Spielmechaniken. Also das Videospiel jetzt. Aber auch hier. Universe is beyond. So aus Magic-Sicht haben sie ein paar Sachen sehr gut umgesetzt. Ich muss jetzt natürlich auch erstmal selber damit spielen. Aber auf den ersten Blick. Es sieht schon sehr geil aus. Leute. Zwölf Booster insgesamt. Vielleicht finden wir den Serien-Nummer-Bobblehead. Also das wäre es wirklich. Mal sehen. Einen regulären werden wir bestimmt finden. Schauen wir mal. Leute. Auf eine gute kleine Unboxing-Season würde ich sagen. Jetzt mal ganz kurz gucken. Das ist der Token. Wie rum sind wir sortiert dieses Mal? Oh. Our Frackening. Ich meine. Wir erkennen natürlich einige Magic-Reprints. Aber es gibt auch wirklich einige Karten. Die jetzt wirklich hier nur für das Fallout-Set designt worden sind. Gucken wir was wir wieder erkennen. Oh. Jetzt geht es schon mit den Foil-Rares los. Woodland Cemetery. Leute. Ich muss es leider sagen. Auch wenn wir uns hier in einem anderen Universum aufhalten. Auch hier gilt. Rare Länder gehen immer. Nehmen wir mit. Preston Gavi, der Minutemen. Oh ja. Ihn kenne ich auch. Da hat man viele Missionen gemacht bei den Minutemen. Ey. Das ist schon. Ich muss sagen. Also wenn man das Spiel gespielt hat. Das ist richtig, richtig geil. Aber ich muss auch sagen. Das Universe ist Beyond geil. Mehr Duelländer. Die Universe ist Beyond Produkte. Ne. Kann man. Kann man drüber denken, was man will. Klar. Es ist wirklich außerhalb vom Magic-Franchise. Also wirklich das komplett anderes. Aber wenn man das in seinem Universum betrachtet. Gefällt mir richtig gut. Herr der Ringe war wirklich top umgesetzt. Ich bin super gespannt, was da demnächst noch kommt. Assassin's Creed. Da habe ich auch mal das ein oder andere Spiel gespielt. Also das ist schon sehr spannend. Auch für mich als Content Creator das so zu beobachten. Das macht richtig Spaß. Megathons Fate. Ein Steel Overseer. Ey. Das ist ja mal sowas von ein Infinity oder ein Artefakt Klassiker bei Magic. Boah. Sehr schön. Search Foils können auch dabei sein, ne? Ja. Search Foil. Da ist er. Hancock. Der ghoulish Mayor. Geil. In Search Foil. Ich hoffe, man sieht den Effekt auch auf der Kamera. Der sieht schön aus. Jetzt noch was mit Seriennummer dahinter. Vielleicht. Captain of the Watch. Uh. Soldier Lord. Search Foil. Boah. Schön. Mechanized Production. Alternative Wind Condition. Die ist nie schlecht. Boah. Auch in Search Foil. Boah. Die sehen geil aus. Uh. Nuclear Fallout. Ah. Die alten. Oh. Hier ein Tamo Golf in der Variante. Als Deathclaw. Das wäre natürlich auch geil. Ja. Er ist nicht ganz. Der Red Stack. Nicht ganz der Tamo Golf. Und die neuen Junk Token. Oh. Ne. Ich wollte gerade sagen. Da fehlt schon der Kronkorken. Hat schon jemand mitgenommen. Von der Nuka Cola. Das ist es halt. Der Nuka Cola. Und ich finde das einfach so geil. Das Universum. Wirklich sehr schön designt. Also abgesehen von dem dystopischen Flavor. Es ist sehr schön da. Abgesehen davon, dass alles kaputt und verstrahlt ist. Es ist doch sehr schön. Oh. Oh. Die Full Art Lender in Search Foil. Die gefallen mir aber auch. Der weiße Mottenmann. Ja. Den sehen wir direkt in der Commander Runde. Hier mit den neuen Red Countern. Bin ich super gespannt, wie das funktioniert. Gerade Sultei Farbkombination. Der wird performen. Ich glaube, der wird performen. Nicht schlecht. Kurz gucken. Doch. Cycle Duels. Nehmen wir ja immer mit. Curie. Boah. Also die sehen wirklich in Search Foil. Wunderschön aus. Path of Enk. Ah ne gut. Da sind die im Commander Deck drin. Da muss ich nicht viel zu sagen. Hancock haben wir auch schon gesehen. Kommen noch ein paar neue Karten hier. Exotic Org Card in der Fallout Variante. Sieht man auch in der... Ist wahrscheinlich auch in jedem Commander Deck drin. Gehe ich jetzt mal von aus. Das geht besser. Almost Perfect. Aber nur Almost Perfect. Die verzauberte Kreatur. Base Power Toughness. 9. 11. Unzerstörbar. Das kann man doch mal gut in einem regulären Enchantress Deck spielen. Mal schön irgendwie ins Spiel gemogelt. 9. 10. Ist ja noch Base Power. Da kommen ja noch alle anderen Effekte dann oben drauf. Mit unserer Störbarkeit. Geile Karte. Temple of Triumph. Schön. Den nehmen wir mit für die Sammlung. Rose. Der Raider. Die Roboter finde ich auch so gut. Allein das Robo-Design ist schon geil. Wind Briscates. Ah, uh. Die Hideaway Lander sind mit dabei. Boah, die sehen aber wirklich schön aus. Da kann man jetzt wirklich nichts sagen. Keep of the Accord. Uh. Für die Human Soldier Sammlung. Das geht halt auch immer, ne. Geil. Das sind genau die Artworks. Das ist genau dieser Charme von diesen Artworks. Den mag ich einfach so gern. Und dann noch Farewell. Das ist wirklich ein absoluter Commander-Klassiker mittlerweile. So eine starke Karte. Das ist so gut. Das gefällt mir wirklich gut. Ein Infiltrator dahinter. Ich wollte gerade sagen, ne. Das ist nur vom Pip-Boy die Analyse, die man ja im Spiel machen kann. Kurz gedacht. Hat der eine Seriennummer? Ne, leider nein. Noch ein Treasure-Token. Ah, das Farewell hat mir gut gefallen. Ja, davon würden wir noch ein paar nehmen für die Sammlung. Von den alternativen Artworks auch. Boah, wirklich schön. So. Da gucken wir mal. Uh. Das geht aber hier direkt. Ich muss mir immer hier ein bisschen näher noch die Seltenheit anschauen. Weil wir hatten jetzt, wenn ich das richtig sehe, Double Rare zum Start, ne. Ja, klar. Nick Valentine. Das ist so gut. Sunken Hollow. Oh, die Vollländer kommen aber wirklich rein. Oh, da freut sich meine Sammlung aber wirklich. Der Handy-Helper. Kurzworth. Die Roboter. Also wirklich super, super geil. Dragon Skull Summit. Ey, die Länder kommen rein. Da kann man nichts sagen. Battle of Hovardham. Wichtig für die Story. Runes. Oh, Runes Ultimatum. Das ist ne starke. Ist das. Das ist doch hier. Das ist doch hier der Caesar vorne drauf. Direkt erkannt. Direkt erkannt. Wenn man die in der Commander-Runde zündet. Die ist relativ gut. Direkt Extended Art. Nicht schlecht. Schönes Upgrade. Für das Caesar-Deck. Der Cage-Brawler. Oh, das ist auch hier. Ne, kassiert gerade. Wollte ich was sagen. Gut in Form. Ne. Ne, Kate. Ne, verprügelt hier. Sauber. Ha, der Search for Exotic Orca. Das geht wahrscheinlich besser. Fatted Pools. Wow, das sind viele Länder. Ist das normal? Geiles Wendelblast Artwork. Da kann man auch gut spielen. Artefakt Mass Removal quasi. Sehr schön. Nuclear Fallout. Haben wir schon gesehen. Ist aber eine echt gute Karte. Also so ist das nicht. Schönes Mass Removal. Und Food Token. Ey, nettes Booster. Boah, das wird gar nicht mal so einfach. Wahrscheinlich da am Ende die Ausbeute von heute zu sortieren. Da muss ich mal gucken. Da muss ich wirklich mal schauen. Ja, den nehmen wir noch mit. Die Insel nehmen wir mit. Die wollte nicht. Mental of the Ancients. Ey, nette Augen sind wirklich dabei. Der Boomer Scrapper. Mutation. Ja gut, wie gesagt. Da ist ein bisschen mehr mutiert. Oh, die Talismänner. Ey, die sind ja auch geil gemacht. Geil. Ich muss auch nebenbei immer noch den Flavor Text lesen. Man findet wirklich viel auf den Karten. Also wenn man sich ein bisschen mal mit Fallout beschäftigt hat. Kriege ich auch direkt Bock nochmal eine Runde Fallout zu spielen. Vielleicht nach der Commander Runde nochmal Fallout 3 auspacken. Ich weiß es nicht. Welches ist euer Lieblings Fallout, Leute? Auch gerne mal Kommentare da lassen. Nochmal ein Rareland. Nice. Der Animal Friend. Sehr gut. Heroic Intervention. Hattet ihr jetzt einige Reprints gesehen. Ist aber auch immer eine sehr gute Karte. Sehr, sehr, sehr gute Karte. Nehmen wir mit. Rex, der Cyberhound. Nice. Die Hunde finde ich auch alle gut. Es gibt ja auch sogar einen Dogmeet Commander Dick. Richtig geil. Und mein Tempel. Also das ist jetzt wirklich... Also wenn man Länder braucht scheinbar Fallout Collector Booster. Liberty Prime Recharged in... Geil. Boah, in Search for... Also da kann man noch nichts sagen. Schaut euch das mal an. Gut, man könnte jetzt vielleicht sagen, ne, das glitzert mir zu viel. Das kann ich schon verstehen. Aber mir kann es nicht genug glitzern. Das ist halt die Sache. Und das sieht ultra geil aus. Die Jeskai Power Armor. Da ist nochmal der Caesar. Nehmen wir mit. Ah, das ist ne Ayula. Nicht schlecht. Wie gesagt, hier den Tamor Golf in der Variante. Das wäre noch ein richtig geiler Treffer. Aber wir haben ja noch ein paar Booster. Ich muss jetzt die ersten Booster auch wirklich erstmal hier in das Universum eintauchen komplett. Nice. So, Veronica. Mehr Duel Länder. Läuft. Vault 21. House Gambit. Stimmt. Die Vaults. Wie konnte ich die Vaults vergessen? Ich rede ja die ganze Zeit von Bobbleheads. Ja, ohne Vaults keine Vaults. Also doch, ne. Moment. Ohne Fallout keine Vaults. Also, ihr wisst, was ich meine. Mehr Talismänner in Form von Magazinen. Sehr gut. Agent Frank. Horrigan. Duchess. Wayward Tavern Keep. Ah, aus dem Human Deck. Na, 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 na. Quest Counter. Created Junk Token für Bonus Karten. Ja. Das sieht doch playable aus. Cinder Glade. Wow. Die Mana Bases. Was geht ab? Sarah. Newcast Biggest Fan. So gut. Mit der Newca Koda Challenge. Richtig geil. Auch mit den Quest Countern. Food Token. Immer wenn man Food Token opfert, kriegt eine Kreatur plus X plus X. Wobei X die Anzahl an Quest Countern auf hier ist. Geil. Da hab ich auch richtig Bock mit mal zu zocken. Schöner Tempel dahinter. Uh, Harold and Bob. In Search Foil. Die Anthem nochmal in Search Foil. Boah. Canyon Slow. Wow. Wie viele Länder sind das denn hier? Geiler. Ja. Okay. Command Tower. Der gewinnt, würde ich sagen, für das Booster. Die sind so cool, die Karten. Äh, Cesar. Ja, grüß dich. Äh, gibt's doch nicht. Ich spiel die. Uh, Radiation Counter. Den braucht man auch. Äh, Cesar. Ich hab dich doch schon hier im Commander Deck. Ganz entspannt. Lass doch mal die anderen nochmal hier im Video auftauchen. Ja, passt aber zu Cesar. Der will hier immer im Mittelpunkt sein. Äh, passt schon. Das passt schon. Swamp. Guardian Project. Direkt als erste Karte. Das ist ein Commander Klassiker. Den nehmen wir immer gerne mit. Ist auch ein bisschen verwirrend, dass jetzt hier dieses Mal zwei Rare Karten nochmal am Anfang kommen. Oder teilweise die ersten Karten können auch ein Vollkommand Tower nochmal Rare sein. Ist schon ein bisschen verwirrend teilweise. Deswegen, da muss ich gleich nochmal ganz genau. Wow, Doppel-Land hintereinander. Muss gleich nochmal ganz genau schauen für die Ausbeute von heute. Die Wasteland. Raider. Stolen Strategy. Disciple. Die Bloodforged Battle Eggs. Lass ich die nochmal sehe. Lustige Überraschung. Anderes Artwork. Die hatte ich als Preview-Karte. Die hatten wir mal. Boah, wo haben wir die gespoilert? Das war halt aus irgendeiner Commander-Edition. Muss mindestens schon fünf Jahre her sein. Das war meine Spoiler-Karte. Die durfte ich der Welt präsentieren. An sowas erinnert man sich immer noch. Geile Erinnerung. Moria Brown. Noch dahinter. Noch der Dimir-Tempel dahinter. Wow. Ja, Tempel haben wir. Wasteland Raider. Nochmal ein Surge-Foil. Tamo-Golf. Geil. Ach, wie cool. Als Deathclaw. Geil. Das freut mich. Tamo-Golf ist tatsächlich bis heute, auch wenn er jetzt nicht mehr die krasseste Karte ist nach heutigem Standard, wirklich immer noch eine meiner Lieblingskarten. Und Dr. Madison Lee. Kein Cesar. Wunderbar. Sehen wir nochmal eine Commander-Karte hier. Aus dem Energy-Deck. Uh, mit einem Golf. Nett. Ey, sehr, sehr, sehr nett. Geil. Ja, Leute. Haben wir halb Zeit. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja, wahrscheinlich sehr viele mehr Länder. Definitiv. Na, Veronica, Path. Die haben wir ja teilweise schon gesehen. Harold und Bob. Liberty Prime. Ich weiß nicht, warum ich das immer so ausspreche, aber irgendwie passt es, habe ich das Gefühl. Länder, Filterländer sind am Start. Arcade Ganon nehmen wir für die Commander-Sammlung. Spy of Industry. Uh. Das ist auch immer ein gutes Land. Warum nicht? Nochmal Sierra. Nochmal ein Search Foil mit der Nuka-Cola-Challenge. Harden Scales haben wir noch nicht gesehen. Nice. Für die Counter-Decks. Oh, eine Staple-Karte bei Magic mittlerweile, würde ich sagen. Oh, sehr schön. Sehr schön. Der Dominator. Die Roboter. Sehr gut. Amory Paladin. Was soll ich sagen? Tamo-Golf hatten wir schon. Uh. Der Foil-Command-Tower. Ich muss wirklich sagen, die Karten in dem Artwork, die gefallen mir so, so dermaßen gut. Ja, gerne mehr. Gerne, gerne mehr. Boah, schön geworden. Wirklich, wirklich schön geworden. Forest. Piper. Nice. Noch ein paar Legendary Kreaturen für die Commander-Sammlung. Oder um mal hier die Commander-Decks so ein bisschen abzuwandeln. Pitiless Plunderer. Auch immer sehr gut in den Commander-Decks. Definitiv eine der guten Ankamm-Karten hier, würde ich sagen. Chaos Warp. Auch Commander-Klassiker. Ja. Also selbst wenn man hier Fallout noch nicht kennt. Ich glaube, muss man jetzt irgendwie keine Angst haben, dass man jetzt gar nichts versteht, würde ich sagen. Man kommt da gut rein. Man sieht ja ein paar alte Magic-Klassiker. Das ist, glaube ich, für alles sehr gut. Der Yes-Man. Sunken Hollow. Ja, oh, Länder kommen rein. Sunscorch Divide. Ja, Länder kommen hinter Land Harbour. Ja. Ja. Sean. Ja. Ich wollte gerade sagen, noch ein Land. Prairie Stream. Ey, die Länder kommen wirklich rein. Also ich glaube, Temple of Black, ich glaube mit den Ländern. Ist das nur mein Display? Leute gerne Feedback da lassen. Solring. Oh, schön. Der Volt Solring. Geil. Was ich sagen wollte. Ist das nur mein Display? Oder kann man mit vielen Grave-Titan? Geil. Oder muss man hier mit vielen Ländern rechnen? Das war auch ein geiles Booster, oder? Grave-Titan, Solring. Dann irgendwie fünf Länder. Eins, zwei, drei. Tatsächlich. Vier. Fünf. Und noch ein paar Bonus-Karten. Nicht schlecht. Geil. Nett. Die Booster machen Bock. Das kann ich schon mal dazu sagen. So. Weiter geht's. One with the Machine. Oh, extra geiler Card-Traw. Das ist bestimmt das Dr. Madison-Lied-Deck, ne? Muss ja. Gehe ich mal stark von aus. Unmaking. Und auch sehr solides Removal. Swift-Foot-Boots. So Oldschool-Rollschuhe. Sehr gut. Gefällt mir. Behemoth. Palender. Ja, Palender dürfen nicht fehlen, oder? Mr. Gutzi. Die Roboter. Basilisk-Collar mit Dogmeat. Geil. Ja, ey. Sowas gefällt mir richtig gut. Gute Karte. Nochmal der Sean. Grüß dich. Captain of the Watch für die Soldier. Grim Reaper's Sprint in Search. Stolen Strategy in Search-Foil. Fertile Ground. Blenderverzauberung. Auch immer spielbar. Dr. Madison Lee. The Stranger. Und ein Treasure-Token. Oh, oh. Jetzt wird ja eigentlich nur die Serialized-Karte, ne? Würde ich mal sagen. Aber das können wir halt wirklich nicht erwarten. Das geht nicht. Zwei Unboxing-Videos oder in jeder Unboxing-Season back-to-back eine Serialized-Karte. Serialized-Karte. Das geht nicht. Oh, das gute Mass-Removal. Mehr Filter-Länder. Es gibt relativ wenig Vault-Karten, habe ich so das Gefühl. Weil ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie viele Vaults es gibt. Aber es gibt ja mindestens... Ist nicht am Ende nochmal Fallout... Hm. Was war da für eine Zahl hinter? 76 ungefähr? Als Spiel rausgekommen? Es gab doch über 100 Vaults, oder? Wie war das nochmal? Ich sag ja, es wird glaube ich nochmal Zeit für eine Runde Fallout. Oh, eventuell. Temple of Silence. Ich wollte gerade sagen hier, ohne Länder. Kann das doch gar nicht sein. Ich habe auch so Bock auf ein Roboter-Deck. Scavenger Grounds. Mal kein Duelland. Wow. Das geht auch. Maya Lurk-Queen, der Krabben-Mutant. Da gibt es wirklich ein paar coole Wesen, ey. Finde ich gut. Clifftop-Retreat. Mehr Länder. Temple of Deceit. Da muss ich glaube ich nicht mehr viel zu sagen, wirklich. Lord of the Undead. Ednon, schöner Zombie-Lord. Oh ja. Den nehmen wir mit. Und nochmal Dogmeat in Search-File. Geil. Ich glaube so als Einzelkarte ist das schon meine Favorite-Karte. Dogmeat. Was mir aufgefallen ist, es gibt verdächtig wenig Katzen. Katzen im Fallout-Universum, oder? Habe ich da jemals eine Katze rumlaufen sehen? Nee, oder? Auch die ganzen mutierten Tiere sind doch keine Katzen, oder? Was mit den Katzen? Ja, das Fallout-Entwickler-Studio steht wohl mehr auf Hunde als auf Katzen. Lass dich durchgehen. Dogmeat ist cool. Dogmeat ist cool. Lassen wir durchgehen. Aber fällt mir jetzt gerade so spontan auf. Wo sind die Katzen? Human Ranger? Oh, nochmal eine Battle-Axe in Foil. Geil. Panamonicon auch nochmal. Das haben sie gut gemacht. Für alle Leute, die hier aus dem Fallout-Universum sind, noch nie Magic gespielt haben. Das ist eine Karte, die macht Spaß. Haben sie gut reingeprintet. Richtig gut. Ja klar, ein paar Länder nehmen wir mit. Disciple. Wie gesagt, Länder nehmen wir mit. Mr. House. Der President und CEO. Das müsste der alternative Commander von meinem Cäsar-Deck sein. Vielleicht sehen wir den sogar in Aktionen im Gameplay. Nur ein kleiner Tempel nehmen wir mit. Ein Tato-Farmer nehmen wir auch mit. Und Marshal-Kuh. Oh, definitiv spielbar. Sieht auch noch geil aus. Mehr Länder. Oh, das ist aber ein Artefakt-Land. Ist ein Duelland, aber jetzt nicht so super crazy, würde ich sagen. Der Mysterious Stranger. Oh, nochmal ein Foil-Lord-of-the-Undead dahinter. Und ein Radiation-Counter. Ey, nett. Nett auf jeden Fall. Aber finden wir noch den Serialized Luck-Bobblehead, wollte ich sagen. Oh, jetzt geht's. Ey, das Booster wollte nicht aufgehen. Das war... Passend zum Abschluss nochmal. Das letzte Booster. Sierra. Fire Shrieker. Boah, das ist auch so ein Oldschool-Equipment. Ich glaube, Mirudin war das, ne? Das ist auch schon über 20 Jahre alt. Windfall. Putrefy. Oh, nochmal ein paar andere Karten, aber. Helios One. Oh, das waren zwei. Single-Combat. Strong-Bag. Komm. Cinder Clay. Oh, das sieht aber auch geil aus, das Artwork. Schön, schönes Land. Wirklich schön. Junk Town. Für drei Junk-Token. Das sind virtuell drei Bonus-Karten. Das ist auf jeden Fall gut. Ein schönes Panamonicon. Nehme ich. Geil. Und haben wir noch was? Volt 75. Es gibt auf jeden Fall Volts im 70er-Bereich. Ich wusste es. Und... Ah, ein Übersprung. Specimen 73 ist ne Hornet Queen. Geil. Und nochmal ein richtig schönes Farewell am Ende. Ja, nicht mit Seriennummer. Aber gut, wie gesagt, das können wir ja nicht in jedem Booster haben. Aber die Karten, ey, die sehen so gut aus. Ja, Leute. Ich versuche das nochmal zu sortieren. Und dann sehen wir uns zur Ausbeute von heute. Einen Moment. Und so sieht das Ganze dann in sortiert aus. Leute, das hat auf jeden Fall einen Moment gedauert. Ich habe es ja eben schon vermutet. Irgendwie hatte ich das Gefühl, das waren relativ viele Rare-Länder. Und als ich das Ganze jetzt hier sortiert habe, ich habe wirklich sehr wenig Kammen- und Ankammen-Karten aussortiert. Also das Verhältnis von Kammen zu Ankammen zu Rare-Karten scheint hier in diesem Universe, Beyond zumindest, anders zu sein. Also super, super viele Karten hier bei der Ausbeute. Ich versuche das ja immer, jede Edition wirklich nach dem gleichen Schema zu machen, damit wir das einfach vergleichen können. Und ja, hier fällt es auf jeden Fall auf. Deutlich mehr Rare-Karten. 37 Rare-Länder insgesamt. 31 Rare-Duel-Länder davon. Also, ja, das hatten wir wirklich noch nicht. Ob das jetzt für euch gut oder schlecht ist, könnt ihr natürlich für euch selber entscheiden. Ich kann auf jeden Fall sagen, es hat mega Spaß gemacht. Mit euch zusammen Booster aufmachen ist immer eine feine Sache. Ich freue mich auf jeden Fall immer. So konnten wir uns hier zumindest mal die Sammler-Booster auch von Fallout anschauen, bevor ich eben noch mit den Commander-Decks spiele. Ich bin auf jeden Fall gut reingekommen. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß hier mit dem Video. Ihr dürft gerne mit dem Video interagieren. Gerne einen Daumen hoch da lassen. Wie gesagt, ansonsten alle Infos in der Videobeschreibung. Reichlich daran teilnehmen. Freut sich auch der Sponsor. Und ja, Leute, an der Stelle kann ich euch nur noch einen wundervollen Morgen, Mittag oder Abend wünschen. Je nachdem, wann ihr hier zugeschaut habt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. 신분 Untertitelung des ZDF, 2020